Eras Vital, heilende Kraft der Natur In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Zistus & Chugger Spray verwenden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Beginnen wir mit Variante 1. Dazu benötigen Sie das Zistus & Chugger Spray und 250 ml Wasser. Beginnen wir. Füllen Sie kaltes oder warmes Wasser mit maximal 40 Grad in ein Glas. Geben Sie 5 Sprühstöße auf das Wasser und verrühren Sie das Zistus & Chugger Spray darin mit einem Löffel. Nun ist es für die Verwendung bereit. Die Mixtur muss für jede Verwendung neu angemischt werden. Kommen wir zur Variante 2. Diese ist wesentlich einfacher. Sie benötigen keine Hilfsmittel. Verteilen Sie das Zistus & Chugger Spray einfach mit 5 Sprühstößen und geringem Abstand direkt in den Mund- und Rachenraum. Schlucken Sie einmal und warten Sie ein paar Minuten, damit die Schleimhäute die aktiven Wirkstoffe aufnehmen können. Das Spray schmeckt angenehm süßlich. Bei Bedarf trinken Sie mit etwas Wasser nach. Weitere Informationen zu Chugger Produkten und ein kostenloses E-Book mit vielen traditionellen Chugger Rezepten finden Sie auf www.chugger-fachhandel.com Alle Links unten in der Videobeschreibung. Schrauben Sie mit der Videobeschreibung. Schrauben Sie mit der Videobeschreibung.